Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über äußerst bemerkenswerte Aussagen von Professor Hans-Werner Sinn. Denn erneut kritisierte der ehemalige IFO-Chef den Irrweg der deutschen Energiepolitik hart und forderte die Bundesregierung auf die Reißleine zu ziehen und die deutsche Energiepolitik grundlegend zu überdenken. Professor Sinn stellt dabei unter anderem unmissverständlich klar, dass diese Politik in den Ruin deutscher Schlüsselindustrien führen wird und das mit all seinen dramatischen Folgen. Wenn ihr erfahren wollt, was der Top-Ökonom im Detail sagte und welche Befürchtungen er hat, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Professor Hans-Werner Sinn ist davon überzeugt, dass die Energiewende nur zusammen mit der Kernkraft vollzogen werden kann. Nur so könnte genug Strom erzeugt werden, um E-Autos zu laden oder Wärmepumpen zu betreiben. In diesem Zusammenhang verweist er auch auf das Vorgehen in anderen Ländern, in denen aktuell bis zu 50 Atomkraftwerke neu gebaut werden und 100 weitere in Planung sowie noch mehr in der Vorplanung sind. Erneut kritisierte der ehemalige Chef des IFO-Instituts den Weg der deutschen Energiepolitik hart. Dabei kritisierte Professor Sinn vor allem die Aussage der Politik, dass mit der Energiewende der materielle Wohlstand und die Umweltqualität mehr gefördert werde als es mit konventioneller Energie möglich sei. Sichtbar werde die Fehlpolitik vor allem auch daran, dass von staatlicher Seite die grüne Energie entweder durch ein Verbot fossiler Energien oder durch eine künstliche Verteuerung erzwungen werden muss. Und das wiederum befeuert nicht nur die Inflation, sondern führt auch zu einem sinkenden Lebensstandard. Unabhängig davon, dass der Ökonom stark bezweifelt, dass man mit den angestrebten Maßnahmen der Umwelt tatsächlich helfe, erhöhen wir mit dem Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen auch noch weiter die Abhängigkeit zu anderen Ländern. Professor Sinn bezieht sich hier vor allem darauf, dass sich Deutschland besonders mit dem geplanten Atomausstieg zu sehr von anderen Ländern abhängig mache. Denn wenn Deutschland auf Kernkraft verzichtet und dann zwischenzeitlich Strom fehlt, muss Deutschland den fehlenden Strom im Ausland teuer kaufen. Verdeutlicht wird der Irrweg der deutschen Energiepolitik noch einmal mit der Ausrufung der Gasalarmstufe und sichtbar wird das jetzt alles in Form von erneut massiv steigenden Gaspreisen werden. Auch der Chef der Bundesnetzagentur erwartet weiter stark steigende Preise. Und hier wird nicht von ein paar Cents ausgegangen, sondern unter Umständen von einer erneuten Verdreifachung des Gaspreises. Auch Wirtschaftsminister Habeck sprach von einer regelrechten Preiswelle, vor allem wenn es zu einem Lieferstopp von Nord Stream 1 kommen sollte. Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, rechnet zumindest mit einer Verdreifachung der Verbraucherpreise für Gas, und das obwohl sich die Gaspreise im Großhandel schon versechsfacht haben. Im Detail fasste es Klaus Müller wie folgt zusammen. Zitat. Wenn man es hochrechnet kommt es sehr darauf an wie sie heizen, wie ihr Gebäude gebaut ist, aber es kann zu einer Verdreifachung der bisherigen Gasrechnung kommen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den gesamten Artikel in der Videobeschreibung. Schon die Drosselung der Lieferungen von russischem Gas hatte in der vergangenen Woche die Preise laut Angaben der Bundesnetzagentur nochmals um weitere 50 Prozent steigen lassen. Sollte von der Regierung jetzt noch die mögliche Preisklausel aktiviert werden, können die Gasimporteure die höheren Kosten direkt an ihre Kunden weitergeben. An diesem Punkt könnte es also für Verbraucher richtig teuer werden. Zudem ist derzeit laut Müller nicht klar, wie es nach dem 11. Juli weitergehe. Denn an diesem Tag ist eine Wartung von Nord Stream 1 geplant und damit ein komplettes Herunterfahren. Doch kommen wir noch einmal zurück zu einigen interessanten Aussagen von Professor Sinn. Den Umweltnutzen der deutschen Energiewende stellt der Top-Ökonom vor allem auch deswegen in Frage, weil eben nicht alle Länder mitziehen. Ein gutes Beispiel sieht er hierfür in der deutschen Autoindustrie. NTV schrieb hierzu folgendes. Zitat. Darüber hinaus sei es sehr fraglich, ob der Umweltnutzen überhaupt greife, sofern Europa wie es auch mit der Zurückdrängung der Verbrennungsmotoren geschehe alleine handle. Der Wirtschaftswissenschaftler moniert, dass Europa die nicht mehr gekauften Mengen Erdöl für die Weltmärkte freigibt. Wie sich empirisch zeige, gelangt dort ziemlich genauso viel mehr an Kohlenstoffdioxid in die Luft, wie wir einsparen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Für Professor Sinn ist damit klar, dass unsere Automobilindustrie als Herzstück der deutschen Wirtschaft gerade ruiniert wird. Die CO2-Verordnung stellt für Sinn nichts anderes als ein Verbrennerverbot dar, womit die deutsche Autoindustrie laut dem Top-Ökonomen zerstört wird. Doch er geht auch fest davon aus, dass ein industriepolitisches Interesse dahinter steckt. Vergessen dürfen wir an dieser Stelle nicht, wie groß die Bedeutung der Branche tatsächlich für die deutsche Wirtschaft ist. Millionen Arbeitsplätze hängen an dieser Branche und sollte die Autoindustrie wegfallen oder massiv eingestampft werden, so wären die Folgen für unsere Wirtschaft fatal. Doch mit der Abschaffung der Verbrenner in Deutschland werden beispielsweise fernöstliche Konkurrenten gefördert und das Kohlenstoffdioxid wird einfach an anderer Stelle erzeugt. Darüber hinaus bezweifelt der ehemalige IFO-Präsident, dass E-Autos mit selbst produziertem Grünstrom die Abhängigkeit vom Ausland mindern werden. Sollte nämlich mehr Strom mit Wind und Sonne produziert werden, brauche es auch konventionelle Kraftwerke. Das hätten dem Ökonom zufolge theoretisch die Gaskraftwerke übernehmen müssen, doch durch die aktuelle Gaskrise ist dies kaum eine Option. NTV schrieb hierzu folgendes. Zitat. Es sei zwar richtig, dass grüner Wasserstoff während der Dunkelflauten für die Stromproduktion eingesetzt werden könne, allerdings lasse sich auch dieser weder aus Wind noch aus Sonnenstrom produzieren. Infolgedessen werde der Wasserstoff aus den vielen neuen Atomkraftwerken kommen, die Frankreich gerade zu bauen beschlossen hat und die von der EU als grün bezeichnet werden. Zitat Ende. Für Professor Sinn gibt es somit nur einen Ausweg. Die Bundesregierung müsse jetzt die Reißleine ziehen und die deutsche Energiepolitik grundlegend überdenken. Vorhandene Kernkraftwerke sollten aus diesem Grund noch so lange wie möglich betrieben werden, auch weil der Strom der billigste ist. Bereits in einem Interview mit dem Manager Magazin sagte Hans Werner Sinn vor Jahren, dass Atomkraft die einzige Hoffnung der Menschheit sei und Deutschland sich auf einem großen Irrweg befinde. Zudem seien die Schäden in der Natur durch die Atomkraft minimal, im Verhältnis zu den verheerenden Schäden durch Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre. Und was denkt ihr? Liegt der Top-Ökonom mit seinen Einschätzungen richtig? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 1. 3. 5. 5. 5. 5. 2. 4.